Bravo! Der Bandli versucht es mit dem langen Ball. Flanke, Kopfball dann allerdings zu schwach. Alles letztlich eine Folge vom missratenen Aufbauspiel. Wenn man etwas zurückfallen lässt. Manfred Fischer heute auf der klassischen 10er Position wieder aufgestellt. Da waren uns zu Beginn nicht ganz sicher. Besser diesmal von der Bandli, die sich für die kurze Variante entschieden haben. Also das kann man auch mal so lösen. Das ist teilweise schon sehr interessant, wie beide Teams hier von hinten raus. Auf alle Fälle kann man nach etwas mehr als zwölf Minuten schon mal konstatieren. Zumindest was die erste knappe Viertelstunde in diesem Spiel betrifft. Dass dieser Sieg in Ried nach vorne bringen wollen. Und wir haben uns auch vorab natürlich ein Bild von Geläuf gemacht hier in der Prophetil Arena. Das schon ziemlich viele. Nasseltaler. Geht es nochmal hinten rum. Guter Ball auf Horvath. Linat. Flanke wird immer länger. Und bei Nye Erteltaler an der zweiten Stil spielen die Altdacher bis jetzt richtig gut zu Ende. Auch wenn der Ball auf Obasi vielleicht nicht perfekt war, aber der war auch alles andere als leicht. Ja, totaler auf Horvath. Traut sich da nicht richtig das 1 gegen 1 zu. Und bleibt am Hängen mit dem Pass. Viel geht über Emir Karic in dieser Beginnphase. Aber die Marge hat nicht profitieren können. Der hat ja zuletzt eben mit Gelbrot hier vom Platz flog gegen Rapids. Da gab es ja wilde Diskussionen. Hartberg hat dann auch noch Einspruch eingelegt. Ein Rückstand. Keine Seltenheit und nichts Ungewöhnliches für Hartberg in dieser Saison. Verändert natürlich auch das Spiel, die Spielphilosophie. Gerade die Hartberger, die in der Vergangenheit auch für dieses tolle Umschaltspiel bekannt waren, könnten sich dann wieder auch einmal auf andere. Aber rein von der Tabelle her war nichts. Viel anderes zu erwarten. Halt auch ran. Erst einmal gelang es dem 34-Jährigen mit den Fadelbergern die Null zu halten in dieser Saison. Zu Beginn fehlt die Cobra. Sie haben nur zweiter Sieger gegen Alain Wies. Wenn er fit ist, Alain Wies durchaus eine... Wirklich ein kalter Tag hier in Hartberg. Und momentan erwärmt uns dieses Spiel auch nicht wirklich innerlich. Da muss man schon mal nachhelfen. Allendlich rund im Mittelfeld. Immer noch ein Eichnacher angeschlagen auf dem Boden. Aber das Spiel läuft bei Horvath. Der wieder liniert mit. Mittlerweile sind auch in den anderen beiden Stadien die ersten Tore gefallen. In der Südstadt führt Rapid mit 1 zu 0. Und auch Sturm führt gegen St. Pölten. Ein Nachttagsspiel vor der Brust haben. Dieses Spiel wird auch die Frühjahrssaison einläuten in der Tipico-Bundes. Obasi! Stöpfe! Kann die Seite hier nicht mehr rechtzeitig verlagern. Weil die Hartberger hier gut attackiert haben. Damit geht es wieder hinten rum. Kostet natürlich wieder... Vorseitenwechsel. Wenn nicht, dann hoffentlich einen veränderten Spielfilm. Obendrauf geben. Nächstes Missverständnis. Om Goué im Spiel nach vorne. Und jetzt plötzlich die Riesenmöglichkeit für Raiko Repp. Und er scheitert an Martin Cobras. Viel zu gering, um den Ball noch vorbeizulegen. Solche Chancen hat Repp in der Vergangenheit sich seltenst nehmen lassen. Hoffentlich mehr Spektakel liefern als noch die ersten 45 Minuten. Auf alle Fälle stets zum vierten Mal in Serie zwischen Hartberg und Altdach in einem... ...Sieger. Insofern sollten noch Tore fallen heute, wenn sich die Serie fortsetzt. Bumberger diesmal souverän. Wir haben es auch nochmal in der Analyse zur Pause gesehen. Bei der großen Chance von Repp da hat er der Altdach-Innen-Verteidiger durchaus... Heil, hart attackiert von Karic. Horvath. Genau das zieht der Ball wieder bis zur Svete zurück. Nimmt natürlich dann auch das Tempo komplett raus aus dem Spiel. Vielleicht machen sie es jetzt besser. Die Steirer. Repp. Flanke abgefälscht. Chaza ist da. Und das ist... ...Sei für den Chabi zur Verfügung. Die... ...ir vielleicht noch frischen Wind hineinbringen könnte in das Spiel. Wenn man jetzt die Offensive... ...mal eben auch... ...bestätigen. Obasi, gute Ballmitnahme, aber... ...für Hartberg. Also den 100 hat er schon geknackt. Heute könnte er zu einem eher verzichtbaren Herbstsaison-Revue passieren lassen und eventuell reagieren. Aber nur wenn ein Spieler auch wirklich kurz- und langfristig weiter... ...guter Einsatz von Kier. Repp. Interessant. Sogar noch einmal ein bisschen offensiver denkt als Karic. Vielleicht spürt man das jetzt auch. Vielleicht macht sich das auch bemerkbar. Bei den... Da wird jetzt Platz da. Für Heil. Der wird auf die Reise geschickt. Cobras pariert. Lang-Einwurf auf Tadic. Das hat er dir einmal etwas gehen können. Das ist ein weiterer Fett. Torwart. 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 Angelaufen von zwei Hartbergern. Erzeltaler. Sogar vor. Ich schaue euch so weit vor. Wieder Erzeltalab. Vielleicht kann er ein bisschen herumwirbeln in der Alkacher Defensive. Schuhn-Wald von der Strecke. Aber der Diagonalball. Reicht diese Möglichkeit, eventuell hier mal einen Konter zu lancieren. Horvath. Keins hinterläuft. Und das könnte einen Eck. Noch in der letzten Saison durchaus eine große Stärke der Hartberger. Horvath. Da kann er sich mal durchsetzen. Eins gegen eins. Das ist Reiko Reppungs. Das ist die Führung für Hartberg in der 83. Minute. Einmal nicht richtig aufgepasst. Und dann ist Reiko Repp zur Stelle und macht sein drittes Saisontor. Ausgangspunkt. Die gute Drehung. Die gute Ballmitnahme. Von Horvath, der sich da mal aufdreht. Man hat es fast schon nicht mehr für möglich gehalten, das in diesem Spiel noch zu gewinnen. In der Blitztabelle macht Hartberg Boden gut. Reiht sich jetzt die Zeit auf Rang 7 ein. Einen Platz vor dem WRC. Einen Platz hinter St. Pölten. Die mittlerweile mit 0 zu 3 zurückliegen beim SK Sturm. Mehr unternommen hat es in die Offensive. Mehr dran war im Führungstor. Und auch wenn natürlich die ganz großen Möglichkeiten gefehlt haben. Die beste hatte sicherlich Jürgen 20. Nur gegen die Austria konnte man sich vor ein paar Wochen durchsetzen. Mit 2 zu 1. Ansonsten gab es hier nichts zu holen. In der Prophatil Arena. Dafür gibt es jetzt noch einen Konter. Über Dario Tadic. Gute Ballmitnahme. Immer noch. Noch ein Rassist von Horvath. Der also wieder einmal eine Torvorlage liefern konnte. Seine fünfte schon in dieser Saison. Und für Repp war es eben das dritte. Es sind dann eben doch Einzelaktionen, die solche Spiele entscheiden. Spiele, die förmlich nach einem 0 zu 0 riechen. Und es wäre nicht nur für ihn erlösend gewesen. Es wäre auch für Gini Do Basi natürlich erlösend gewesen. Endlich mal in der Bundesliga anzuschreiben. Wird er zum Matchwinner. Schönspiel müssen sie jetzt nicht mehr. Jetzt muss die Brechstange raus. Was macht Hartberg auf der Gegenseite? Repp gezogen. Das bringt natürlich jetzt eine Menge Zeit für Hartberg ein. Denn... ... ... ...